Herzlich Willkommen hier und heute in Wien in der Aula der Wissenschaften. Für die Stadt Wien ist es immer ganz wichtig, auch unsere Erfahrungen in einem Fachpublikum weitergeben zu können, den Kollegen zu erzählen, wie wir das Ganze gemacht haben im Bereich des Wohnbaus. Für einen Architekten ist die Gelegenheit, auf einem Forum zu sprechen und in Form eines Vortrags die eigenen Ideale und Überzeugungen größeren Hörerschaft und Seherschaft mitzuteilen. Natürlich eine sehr, sehr spannende. Zudem ist natürlich das Thema Wohnen eines, das ganz entscheidend ist in der heutigen Zeit. Und sicherlich jeden interessiert und der Austausch mit Kollegen in anderen Nachbarländern ist natürlich ein ganz wichtiger und für das ist dieses Forum sicherlich gut geeignet. In der Tour in die Seestadt Aspern konnten wir dann einfach nochmal ganz konkret die Projekte kennenlernen, gucken, wie die Kollegen dort planen, was sie geplant haben, wie die Ergebnisse sind und wie eben das, was wir heute Morgen theoretisch gehört haben, wie die Stadt Wien Wohnungsbau fördert, wie das konkret umgesetzt wird. Sehr interessant waren einfach die Baugruppenprojekte und zu sehen, wie dort Urbanität umgesetzt wird. Was für mich jetzt eigentlich persönlich ganz interessant war, ist, dass es natürlich eine super Plattform ist, um einfach Know-how auszutauschen mit den Kollegen, um einfach ein bisschen zu sehen, also was passiert jetzt in anderen Regionen oder anderen Ländern, um einfach so ein Verständnis aufzubauen über jetzt in dem Fall europäische Wohnkultur. Und das dann so zu kombinieren mit so einer Exklusion ist eigentlich, finde ich dann nochmal besonders interessant, weil man dann eigentlich auch nochmal so das Intellektuelle mit dem Realen vergleichen kann. Das hat mir heute sehr gefallen, also auch die Auswahl der Vortragenden, verschiedene Positionen, verschiedene Regionen und das hier zu hören und sich selber damit vergleichen zu können. Also das 22. Brillux Architektenforum hat dazu beigetragen, das Thema Wohnen nochmal in eindeutiger Weise aufzuzeigen und dies ist ja ein Dialogforum, ein Forum zum Diskutieren über aktuelle Themen und das Thema Wohnen ist nun in der Tat ein wirklich aktuelles Thema. Und ich glaube, dass wir heute hier eindrucksvoll beweisen konnten, dass wir mit dem Brillux Architektenforum etwas etabliert haben, was eine unglaublich gute und hohe Resonanz bei der Architektenschaft insgesamt gelöst.